Ja, doch, das hattest du in irgendeiner Serie mir schon mal gesagt, aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen. Dass die Pipes durch die Blöcke gehen, ohne dass da ein Loch ist. Komma, dann Lassard, da in der einen hat mich das. Was, woran? Kennst du den nicht, Lassard? Nee. Von, äh, Police Academy. Achso, äh, nee, das ist alles so lange her, das weiß ich nicht mehr. Das ist alles so lange her, du bist einfach nur alt. So, ich auch. Ich fühle mich immer alt, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich bin auch alt. Ich bin fast zehn Jahre älter als du. Was, was passiert mit diesem verdammten Seed Oil? Das wird produziert und dann verschwindet es irgendwo. Au. Okay, ich glaube, ich muss andere Pipes bauen. Die funktionieren aus irgendeinem Grund nicht. Die, die löschen das einfach nur und das finde ich nicht komisch. Wenn das jetzt nicht mehr so unterhaltsam ist, weil ich konzentriert bin, das ist Pestisch schuldig. Hat nämlich jetzt endlich mal die Mods für mich entdeckt. Äh, ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet, ne? Ja, ist ziemlich langweilig. Bitte fahr fort. Geht, dann erzähle ich nicht weiter. Nein, bitteschön. Und ich habe jetzt auch alles, also alles, äh, ich kann nicht reden. Alles, was ich jetzt mache, das habe ich auch in meiner privaten Welt so gemacht. Und das wollte ich gerne Pesti demonstrieren, dass ich es kann. Und dass er mir den meisterlichen Brief gibt, dass ich Mods machen darf. Und, ähm, ja. Äh, wie, wie heißt der, wie heißt die Mod von Thermal Expansion, die diese Pipes einfügt? Dynamics. Thermal Dynamics. Und das Foundation sind die Ores. Wir haben kein Thermal Dynamics drin. Okay. Da können wir die Item Ducks gar nicht bauen. Ne, weil ich jetzt andere bauen wollte, weil die aus Anderai irgendwie, irgendwie mein Seed Oil löschen. Und das finde ich nicht so wirklich zum Lachen. Okay, dann starten wir den Server nochmal kurz neu. Ähm, okay, was, Moment, Mechanism hat auch Pipes. Ja, und Ender-IO. Ja, Ender-IO hat ja irgendwie das Zeug gelöscht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ne, ich habe ja auch Ender-IO und, ähm. Ja, aber das funktioniert anscheinend mit Immersive Engineering nicht zusammen. Das ist nirgendwo angekommen. Der Tank wurde geleert, aber es ist nirgendwo angekommen. Hm. Okay, Basic Mechanical Pipe für Fluids. Du kennst dich mit den Fluid-Pipes von Mechanism wahrscheinlich besser aus als ich. Na, weil ich jetzt eine Wasserleitung gebaut habe auf meiner Welt. Ja, keine Ahnung, sind das, äh. Sind die von Mechanism? Ich weiß es gar nicht. Das weißt du besser als ich. Ich meine, aber das sind die von Buildcraft. Das kann auch sein. Ja, doch, ich erinnere mich an das Bild, was du mir geschickt hast. Das stimmt, das war Buildcraft. Ja, einmal habe ich dir ein Bild geschickt, wo das Ding gerade seine Pumpe ausgibt. Ich weiß genau, was du sagen wolltest. Was denn? Nein, muss ich nicht sagen. Warum nicht? Es fährt sein Gemächt aus, so. Das muss doch funktionieren jetzt. Nein, das funktioniert nicht. So, das muss ja irgendwo hin, dieses, dieses, diese Flüssigkeit. Ah, ich glaube, ich brauche richtig viel Gravel. Haben wir noch sehr viel Gravel oder muss ich welches mitbringen? Ich habe 23. Das reicht nicht, glaube ich. Also, du bekommst ziemlich viel, würde ich denken. Wir haben 26, sehe ich gerade. Ich werde dieses, ähm, Bindedings da bauen, äh, Bind, äh, hier. Ja. Conduit Binder. Genau. Also, äh, nur als kleines Update für dich. Mit den Basin Mechanical Pipes von Mechanism funktioniert das, äh, Plant Oil. Okay. Irgendwie Ender IO hat hier keine Kompatibilität, ich weiß nicht warum. Kann ich mir nicht erklären. Und die normalen Item-Ducts sind hier nicht drin? Nee, Thermal Dynamics habe ich einfach nicht installiert. Was ist das denn für ein Kack? Ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe oder was. Ah, nee, du hast zu mir gesagt, Thermal Expansion ist von Standard aus darin. Ähm. Ja, Thermal Expansion, aber nicht Dynamics. Das sind nämlich die Ducts. Das ist eine optionale Mod. Und Thermal Expansion an sich auch. Was drin ist, ist Thermal Foundation, damit die Ohr spawnen. Ansonsten, alternativ können wir die auch von BC Transport nehmen. Ja, nein, ich habe das ja inzwischen schon, äh, gelöst hier. Ist alles in Ordnung. Ich kann nur für diesen Zweck Ender IO nicht benutzen. Weißt du mal, wofür ist extra Utilities? Weil da gibt es eine Transfer-Node und eine Retrieval. Das wäre nämlich so ein Gegenstück zum Mechanism, dass du, äh, wo du Start- und Endpunkt, ähm, definieren kannst. Ja, ich weiß, aber die Pipes sind ziemlich teuer und ich habe mich da noch nie so richtig reingedacht. Also, ich kann damit nicht so wirklich umgehen. Ja, denken. Aber es ist auch, wie ich jetzt bestimmt schon zum 5 Mal gesagt habe, nicht mehr nötig. Ich habe es schon gelöst. Ich habe das schon verstanden, aber ich möchte ja auch mal so tun, als wüsste ich etwas. Gut, Sludge habe ich gelöst. Sludge. Ähm. Das Wort kenne ich irgendwo her. Sludge ist so ein Industrieabfall, der bei der Farm anfällt. Oder ich denke einfach nur an Sledgehammer. Oder an Sledge. War Sledge nicht irgendein Sänger? Weiß ich nicht. Nicht? Keine Ahnung. Sledge ist doch irgendein Künstlername von irgendwem. Ich höre so komische Musik. Ich weiß überhaupt nicht, was so in der echten Welt abgeht, ey. Ich höre auch. Nein, ich sage nicht, ich höre komische Musik. Ich höre gute Musik. Disturbed. Disturbed. Volle Kanone. 21. August, neues Album. Das sind drei Tage. Ha! Ist das schön. Ist es das? Ja, das ist schön. Freue ich mich. Warst du auch auf Wacken? Was? Auf dem Festival? Nein. Ich war noch überhaupt, ich war auf keinen Festivals. Ich war auch noch nie auf einem Konzert. Ich auch nicht. Ich mag. Ich höre mir das lieber so an, wie es sein soll. Weißt du? Perfekt. Und ich will da nicht hören, wie sie vielleicht was verkacken oder so. Ja, manche können Live spielen, manche nicht. Ja. Ja, das können die schon. Aber deshalb mag ich auch Livestreams nicht so sehr. Ich gucke lieber die Perfektion eines Videos oder einer Aufnahme. Glamour, wir brauchen unbedingt mehr Iron. Wir müssen mal ein bisschen auf Sammel-Exkurs gehen. Ja, du hast ja Zeit. Ich bin dabei, was zu machen. Nein, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich will uns Jetpacks besorgen. Und mit den Jetpacks können wir dann ... Zu den Walküren fliegen. Nee, im Nether besser nach Ors suchen. Das ist es. Ach, du hast schon die Elite. Ich habe jetzt in meiner privaten Welt die Advance gebaut mit den fünf Slots. Elite ist, glaube ich, das Höchste. Aber wir können Speed-Upgrades reintun. Das habe ich nämlich bei mir schon gemacht. Ja gut, aber mit sieben, das geht eigentlich ziemlich schnell. Es ist nicht wirklich nötig. Vor allem mein Pulver-Riser ist viel zu langsam für den Smelter alleine, ey. Ja. Deshalb, der ist ja jetzt schon auf Reinforced. Den können wir aber noch einmal upgraden. Den habe ich aber auch mit einem Speed-Upgrade. Aber trotzdem kriegt das Ding meinen Smeltery nicht gefüllt. Ja, na guck mal, der hier hat jetzt vierfach Speed. Und der ist auf der Welt zwei. Es gibt auch noch achtfach Speed. Glaube ich. Oder sechsfach, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Ja, man kriegt ja vier raus. Ich weiß, das ist viel. Aber das ist nicht schlecht. Das ist gut. Aber was, warum das haben wir? Ja. Welche soll ich jetzt bauen? Hä? Welche Pipes? Was? Die, die du brauchst? Ich weiß doch nicht, was du vorhast. Ja, für Items. Na, Item-Konduits. Davon haben wir aber auch noch ein paar. Ach, die grünen. Ja. Ansonsten haben wir noch ein Nugget. Hier haben wir 24 Item-Konduits. Ach, die habe ich vorhin gar nicht gefunden. Ja, da. Also für Items brauchst du nicht sorgen. Höchstens für Flüssigkeit. Aber da sind irgendwo Fluid-Konduits. Die habe ich gebaut. Aber die kann ich ja nicht benutzen. Die sind, äh, hier. Wo bist du? Wir rennen schon wieder weg. Hallo? Hallo. Guck mal hier, da sind die Fluid-Konduits für Flüssigkeit. Und mehr brauchst du ja gar nicht, wa? Höchstens für Strom. Na, die findest du schon. Na ja, Flüssigkeit. Ich glaube, ich mache mir hier einen kleinen Brunnen hin, wenn dich das nicht stört. Oder ein kleines Wasser senke. Dann nimm doch den Aqueous Accumulator. Ja, aber der braucht ja Wasser. Ja, der muss von Wasser umgeben sein. Aber das ist ja kein Problem. Deswegen wollte ich hier so einen kleinen See hinmachen. Ja, natürlich, das macht jeder. Das habe ich ja gerade auch nur gesagt. So, warte mal, jetzt muss ich gucken. Die funktionieren anders. Okay, du machst das schon. Ich lasse dich in Ruhe. Oh, oh. Ja? Gerne Schmelze. Gerne Schmelze. Alarm. Okay, Moment, ich muss jetzt mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Insert grün. Sieben, acht, neun. Neun brauche ich. Es extract grün. Alles klar. Dann geht das, ach guck mal, die kleinen roten Pfeile zeigen die Laufrichtung an. Das ist gut. Ja. Das ist neun Pyrethium Dust. Oder Pyrethium Dust. Ne, nicht neun, sondern nur fünf. Fünf sogar nur. Das ist ja eine schöne Sache. Ich brauche nur fünf Pyrethium Dust. Okay. Kohle. Wo ist unser Schwefel? Ich hab ja schon Pyrethium Dust. Woher? Haben wir nicht Schwefel irgendwie? Da noch ein bisschen. Blaze Powder? Blaze Powder? Ich meine, ich hab welches gesehen. Ne. Das ist Pyrethium Dust. Das sieht so ähnlich aus. Scheiße. Verdammt. Das ist vergessen. Wir können Blaze Powder herstellen, fällt mir grad ein. Und zwar, im Fluid Transposer. Glowstone mit flüssigem Redstone ist Blaze Powder. Finde ich ne sehr coole Sache. Cool. So. Glowstone erstmal da rein. Ein Redstone. Rechtes? Ne. Das weiß ich nicht. Haben wir nen Eimer? Weißt du das? Äh, ja, irgendwo. Einer ist noch übrig. Ja. Dann geh ich mal. Dann geh ich mal. Wohin denn? Wasser holen. Achso, natürlich. Wohin gehst du? Verlass mich nicht. Ich verlasse dich. Ich trenne mich vom Esti aus Glästi. Das ist nicht fair, Mann. Das war ja nicht meine Idee. Ja gut, das war aber auch nicht meine. Das stimmt. Weißt du, wir sind noch... Zuschauer Power. Zuschauer Power. Das schmerzt. Echt? Warum? So, Pyrofium Dust. Und dann brauche ich noch Fluxed Electrum Blend. Ähm, Electrum Blend. Okay, kein Problem. Ein Problem. Kein Problem. Gold, Silber. Wie ständig ist das? Ich habe schon wieder vergessen. Es wird dunkel. Redstone. Die Märchen nehmen das total dunkel, weil es die ganze Zeit regnet, ey. Es regnet überhaupt nicht. Ja, jetzt nicht mehr, aber gestern hat es die ganze Zeit geregnet. Achso, in der echten Welt. Hä? Ja, na... Ja, was weiß ich denn? Ich lebe nicht nur in Minecraft. Nicht? Verstehe ich gar nicht. Ich verstehe das immer gar nicht, wenn Leute sowas sagen. Was soll das bedeuten? Es gibt noch eine Welt außerhalb von Minecraft. Ja, wirklich? Nämlich in WoW. Und in ESO. Und in Guild Wars. Ich habe noch nicht mit dir zusammen ESO gezuckt. Das müssen wir mal nachholen, ey. Ja, nee. Du willst ja mit mir auch nicht GTA spielen. Ja, weil ich das langweilig finde. Ich habe das extra wegen dir geholt. Ich habe 60 Latten da hingelatzt. Ja, und ich 55. Euro wollte ich eigentlich sagen. Latten hingelatzt. Ja, ich wollte den Latzen sagen. Und irgendein verkrüppeltes Wort für Euro. Ähm... Ja, und ich habe es eine Stunde gespielt. Dann habe ich eine Mission nicht geschaffen. Da hatte ich schon keinen Bock mehr. Und ich weiß, welche Mission. Als du mit Franklin bei Michael einsteigen musst. Ja. Ja. Ich musste den Gärgner umlegen. Aber der hat mich jedes Mal gesehen. Da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, aber das ist eine Stealth-Mission. Mir fallen keine anderen Stealth-Missionen ein. Wirklich. Ich hasse Stealth-Missionen. Es ist eine einzige im ganzen Spiel. Ich will töten, genau. Ich würde nie Splinter Cell spielen. Nein, ich auch nicht. Und ich würde auch nie Metal Gear Solid spielen. Und jetzt kommt eine Anekdote aus meiner frühen Jugend. Oh, Backe. Ja. Damals kam Outcast raus, falls das einer kennt. Ja. Und ihr könnt ja nachgoogeln. Ich kenne es. Ich bin alt. Oh Gott. Und das Tutorial, das ist so ähnlich wie das Driver-Tutorial. Also vom ersten Driver-Spiel. Das haben kaum Leute geschafft. Und, ähm, weil die Zeit war so extrem eng gesetzt. Oh, egal. In Outcast war das so, dass du schleichen musstest im Tutorial. Weil du halt einmal schleichen üben musstest. Ja. Und ich habe es nicht gebacken bekommen. Ich habe es nicht geschissen bekommen. Nicht mehr das Tutorial, ist schon deprimierend dann, wa? Nein, das ist deprimierend. Ich habe das Driver-Tutorial aber auch nicht geschafft. Ähm. Das haben aber viele nicht geschafft, weil die Zeit einfach so extrem war. Vielleicht erinnert sich einer dran. Zeitlimits sind eh scheiße. Ja. 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 Schön, dass wir das mal geklärt haben. Ach, Glästi. Ja, ja. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gebaut. Den, ähm, Aquos Accumulate habe ich noch nie ausprobiert. Das macht nichts. Soll ich mal einen Blick drauf werfen? Und er füllt sich nicht. Ne, da muss, äh, das Wasser muss neben ihm sein. Der muss richtig drin stehen im Wasser. Ach so, der ist anders als die Pump. Muss richtig drin stehen und dann müssen seine, seine orangen Outputs müssen auch in Richtung des Wassers zeigen. Damit er das von da auffüllen, aufsaugen kann, weißt du? Mach am besten ein 3x3. Das reicht nicht? Ja, das reicht schon, aber wenn er von allen Seiten saugt, dann geht es schneller. Aber so viel Wasser brauchst du. Nee, so viel brauchst du nicht. Und das orangene soll ins Wasser zeigen. Ja, ja. Aber du kannst eigentlich alle Seiten orange machen. Außer oben. So. Ja, doch, da kommt das Wasser raus. Das ist gleichzeitig der In- und Output. Mach ruhig alle Seiten so. Ach, es gibt nur, ah, okay. Ja, es gibt nur einen. Ja, 4000 Millibucket. In der Pumpe passen fünf rein zum Beispiel. Ja gut, das sind ja nur vier Eimer, ne? Aber ich glaube, pro Cyanide In-Gott brauchst du genau einen Eimer. Nein. Was hast du getan? Ich höre nur, zack, nein. Also ganz leise, nein. Ja, der, der, ähm, Atomic Disassembler, der ist so heftig auf Dirt, das haust du sofort ab. Und ich habe da erstmal so ein fettes Loch reingeschlagen, obwohl ich die Pipes nur abbauen wollte. Acht, sechs, sieben. Er kann zählen. Vierzehn. So. Ich brauche vierzehn Diamanten. Jetzt weiß ich nicht mehr, aus welcher Mod das war und du hilfst mir bitte nicht. Vierzehn Diamanten. Okay, dann sag mir nur, was du suchst. Eigentlich die Maschine, die ich brauche. Ich denke, du weißt, was ich meine. Du, er will jetzt nicht mal einen Namen nennen. Nein, das ist schon ... War das denn ein Big Reactor? Naja, überleg mal. Ja, natürlich. In welcher Mod das Sinn machen würde, ne? Ja, ein Big Reactor, hab schon. Ja. Ich habe auch noch nie eine Turbine gebaut. Ne, aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist auch deutlich komplexer als der normale Reaktor. Du musst bestimmte Sachen beachten, sonst sind die höllisch ineffizient. Und erst ab einer bestimmten Größe sind sie wirklich besser als ein Reaktor. Wenn du eine kleine Baust hast, hast du nichts von. Wie viel hatte ich jetzt gesagt? Vierzehn. Ich weiß sie nicht. Vierzehn. Das Doppelte davon sind ... Hör auf, irgendwas wegzuschmeißen. Was? Hände ich mal gleich so wütend. Ich bin aber wütend, weil ich deine Schäden jetzt auf ... Ich habe da einen Pinecone und was soll ich damit? Was? Ich habe überhaupt nichts weggeschmissen. Ich habe mir eben Redstone genommen. Ich habe nichts weggeschmissen. Sag mal lieber, warum wir keine Reaktor-Casings mehr haben und ich jetzt qualvoll Stahl schmiss. Ja. Ach, wir haben ja noch Stahl. Nein. Aber Graphite ... Ich habe am Anfang hier Stahl reingeliecht. Ja, da waren zwei Ingots, die habe ich für die Mechanical Pipes gebraucht. Gott. Von Mechanism. Es ging nicht anders. Ich musste es tun. Es geht immer anders. Es gibt immer einen Weg. Ich musste es tun. Nein. Ich wollte dir die Leiche verbrennen, aber sie wollte nicht brennen. Und dieser entsetzliche Gestank. Ich musste es tun. Hallo? Hallo. Äh, so, ich brauche ... Ach, Mann kackt mich an. Ach, Mann kackt mich. Okay, wann? Jetzt sofort auf der Stelle. Kacke. Auf meinen Kopf. Sofort. Warm. Ich brauche ... Ich brauche sieben ... Sieben? Sieben Gläse Powder. Das heißt, ich muss noch mal ... 14. 14. Ich muss Redstone schmelzen. Ich habe jetzt keine Zeit für Kacke. Nein! Hahaha. 14. So, und dann brauche ich außerdem noch ... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. uns, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020